was macht er hier ich bock sich kaputt ich schieße ist dir das bewusst ey warte mal die Sniper Typen sehen voll aus wie Solid Snake findest du? find ich schon was hüpft denn hier rum? vor allen Dingen was hüpft denn hier rum? wenn ich das gemacht was sie sollte soll sie den da oben treffen ich mach dich kaputt das war wohl noch einer so wo es noch einer, das ist noch einer ne da wüscht Mano ich fühle mich total unflexig oh er hat nicht perverses gesagt er meint ich wäre absolut spitze oh meinst du den Kontext ist es auch schon wieder pervers echt mal er hat eine Stellungspersonation bewertet was? es ist probiert es ist probiert mit dem Wort Stellung irgendwie noch weg zu kommen ja ja es hat nicht funktioniert verdammt so jetzt muss ich mal gucken hier hab ich gar nicht so viele das ist unlogisch nein das ist so viel Munition für meine Schraub für meine äh äh Sniperverbraucher wahrscheinlich verbraucht die zwei pro Schuss ich nehm schon mal die nächste Runde an ja aber auch zwei Munition pro Schuss das war klar komm zur Runde 3 des Appearance gemetzt ist hoffentlich hast du genug Munition ja hab ich immer los Mann steh nicht im Weg rum ja da stand gerade nur Update also ich musste mal nachgucken das ist voll uncool hey was 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 hey nix Aua 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 Was ist denn hier so Aua der Geschenkchen in den Kopf gestoßen Aua er meinte gerade nicht ablippeln Nein zu mir hat er gesagt er wird uns moralische Unterstützung geben das meinte schon wieder wir sollen aufpassen nicht von Kugeln penetriert zu werden wir haben es zerruhen wenn wir wirklich penetriert na ich seh gerade nichts ich hab schon was getötet ich komme schon fallen for art yeah ich hab schon zwei Leute kritisch getötet Ah da kommt gerade was auf die Zielgruppe ja ich weiß ich wüsste los machen ja das war sogar kritisch ich hab dir geholfen danke wir müssen da noch was wo wir hinten über nirgendwo die kommen ja erst komm mal her du verlierst deinen Arm ich woher sagte du verlierst deinen Arm hey verlieren irgendwie so leicht ihre Arme hey ist hier los die weg so ich sag dir verliert eure Arme ich sag dir verliert eure Arme würdest du mich verarschen verliert deinen Arm äh what sag mal die halten voll wie aus oder ja irgendwie schieben die gerade nicht mal warum warum halten sie so viel aus dann kriegen die noch nicht mal critical schaden jetzt hab ich getroffen hey wieso haben die ja Mensch von hinten ist immer kritisch aber ich hab den vor auch von hinten durchgenommen scheiße jetzt steckt das auch noch an was der Robert hier macht ich merk das schon nein glaube ich oh mein gott da kommt was an gelaufen gedeckt ich hab's euch scheiß das war nicht kritisch warte warte ah gebäroms weg effekt komm los starte dich ok dann starte dich halt nicht ist mir egal oh hier kommt gleich einer in die Nähe her ja ja da hinten ist einer äh springt einmal kritisch los treff ihn treff ihn treff ihn au der war schon wieder zu nahe den konnte ich nicht mehr sehen los fahr dich aus wir wissen die die perna ich geh gar nicht da fahr dich halt nicht aus vielleicht kommen jetzt noch ein paar soldaten die kann man einfach erkennen ja ja da hinten da hinter uns da geh ich ich geh da hin sind da soldaten bestimmt ich weiß es nicht das ist irgendwie so eigenartig aus der Angeflogen von irgendwas schießt hier mit feuer nee das sind hotloader hör auf zu schießen uaaaaa 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 was sind hier hinter mir noch mehr hotloader uaaaah uaaaaa hallo ich bin hier uaaaaa uaaaaa aber ich habe im gefekt wird so viel scheiße kann aber du hast gerade was das ist alles gestorben der warte bin auf dem weg noch ein jet loader du musst mir helfen ich kann die nicht treffen die sind der luft und schützt mich ein los und da steht so ein jet loader landen die auch irgendwann das ist ein auslöcher voll die noobs hier kommen wir hoch haben die auch was kritisches haben wir auch eine kritik aus der scheinbar sind ja tombedo also immer wenn ich sie treffe ist kritisch fliegen etwas eigenartig ja das ist zwar ich hole den vogel runter es war anders bekannt da oben haha das funktioniert ja ich habe den jet loader abgeschossen bevor er gestartet da oben sehr gut was ist das wo denn da hinten auf den ingenieur ja ein ingenieur äh warum kannst du springen das war die kacke der ingenieur war da voll festgepackt er soll aus mann der ingenieur war voll doof das musste dem eine aufnahme waren durch gesehen der ist voll da oben gegen die decke gesprungen runtergefallen in laba ja das war so und du auch ab das feuerte diese doll konnte ich dann wir hatten durch Traumstor nicht raus er hat sich tötet ein ingenieur wahrscheinlich den er nicht auf die hau-runden so so und warum trifft es nicht so und nur noch ein scheiße können wir zusammen kommen gefälligst haben wir die zwanzig ach so wenn das so ist auf den warte du du hast ihn getötet mit deinem ist auch was soll da ist bist du behindert du scheißarsch geplant das ist ganz anders vor das alles deine schuld ja genau stehe vor dem gegner und lade erstmal nach wer dem du tötest den schon wieder energie abgezogen bis zu 50 prozent sind wir durch erwarten wir sind ja fünf ja das werden immer mehr sind ganz wirken jetzt muss ich auch zwei schulden bei mir aus macht das ding mal kaputt nicht mehr gut dann mache ich dann schild ja da musst du den schild kaputt machen kann man ja in dem du reinläuft und dann kaputt schießen denn das schild nützt gar nichts wenn du in dem schild drin bist oder du springst bevor sie ihr schild aufgefahren haben wir ficken hier alles weg ja man auch schon wieder so ein jet wo ich hause dieses ding nein das ist das ist ein schild botter finde ich uncool wo ist er denn wo so schnell treffe ich den nicht sind mal wieder viel zu schnell die fach ja ich habe eine idee ich habe einen abgeschossen das ist der komm her komm zu mir komm zu der die doch zu der die kommen ja komm zu der die das wird doch ganz gut nicht so nix komm herr komm zu der die ja der die hat dich getötet komm du auch noch zu der die komm herr komm zu der die oh, yeah! Hey, was ist das? Daddy, kill you! Diese Dinger nerven! Oh man, komm zu Daddy, hab ich gesagt! Geht doch! Ist das Ding jetzt kaputt? Nee. Wer ist besoffen? Wer ist besoffen? Nein, nein! Klingt immer noch privat. Ja, irgendwie schon. Aber er wird zum Höhepunkt kommen, will er damit sagen. Oh Gott! Nein, Constructor! Oh! Schnell, Keto Fire! Oh Gott, ich muss da rangehen. Granate! Granate ist witzig, wie die fliegt. Sie hat den Schildbotter getroffen. Nicht den Constructor. Constructor, zweite Phase, los, 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 töten! Schnell, 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 töten, 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 töten! Schneller töten! Schneller geht nicht! Aber lange hat er auch nicht überlebt. Also beschwerde ich nicht. Wer hat's nicht überlebt? Die Banane? Was hat die Banane damit zu tun? Nein, nein, hat das Ding auch nicht überlebt. Also beschwerde ich nicht. Doch! Ich hab Angst! Alles geschafft? Ja. Sieht aus, ja. Cool. Wir haben was tolles gedroppt. Und... unwahrscheinlich. Selbstverständlich nicht. Oh je, oh je. Och. Tschüss! My mother hate you! Hehe. Oh man. Ich bin so ein Arsch, oder? Ich weiß. Was? Ich will gar nicht wissen, was du von dem als Belohnung kriegen. Ein Dildo. Wahrscheinlich. Doch. Oder ne Dildo-Waffe. Oh yeah! Lade ab! Oh yeah! Vierte Runde! Was? Vierte Runde? Ja, vierte Runde. Oh, da muss ich kurz Munition brauchen. Welche auch. Von Granaten, sonne leer. Okay. Ich hab nur ein paar Verbrauchen. Und jetzt noch mal ein Level Up machen. Das ist schon Level Up? Ja, ich hab ein Level Up gekriegt. Du überhaupt auch. Ich weiß nicht, ich hab nicht dazu geguckt. Ich hab's nicht gesehen. Okay, los. Level Up. Wie funktioniert die Level Up nochmal? Oh. Wenn ich mein nächstes Level erreiche, dann kann ich die... äh... letzte Fähigkeit von meinen... äh... Skiltree freischalten. Ah. Ich muss erst mal rausfinden, was ich hier skillen wollte. Ja, ich hab ja alles nur in einen rein geschmissen. Naja, ich nicht unbedingt. Ich hab ja so ein bisschen geteilt. Obwohl ich schlücke nicht. Ich hab noch in den anderen drei investiert früher. Ein bisschen mehr Leben. Ah. Ich muss erst mal kurz alle Waffen nachladen. Damit ich sie voll aufladen kann. Wenn du denkst, dann denk an Markus Munition. Nein, Mann. Markus, ich hab keine Lust an dich zu denken, wenn ich an Leute denke, die ich abschieße. Äh, okay. Was? Nix. Findet wir damit jetzt beleidigt? Nein, Markus ist Gay-Level. Und russisch. Ein russischer Gaylord. Okay. Jetzt muss ich mich aber erstmal noch kurz umsehen. Ich glaub, jetzt hat sich die Weltbevölkerung von mir beleidigt gefühlt. Oje, warte mal ganz kurz bevor du in die Arena reinlöst, ja? Ja, ich muss mal ganz ganz kurz weg. Okay. Käferinvasion. Oh. Wir machen mal wieder Selbst... Selbstgespräche mit Raffi. Dieses Türkis sieht nicht türkis aus. Selbstgespräch beendet. Hey, ich wollte das gar nicht ausrüsten. Oh. So. Über was reden wir denn Schönes? Ich hab keinen Plan. Sprecht mit euch selber. Führt mehr Selbstgespräche. Für das Land. Für Deutschland. Und ich labere einen Haufen Müll, weil euch das gefällt. So, ich rüste mal diese Waffe auf. Ich muss mal hier die besseren Waffen jetzt alle ausrüsten, weil ich das brauche. Äh, ne, die ist nicht besser. Die ist keinesfalls besser. Ist die besser? Nein. Ich will die gar nicht ausrüsten. Ich will den Typ behalten, der Waffe. Die ist besser. Aber die ist schon wieder ein anderer Typ. Boah, ich hasse dich. Okay. So, hier hatte ich doch ne bessere Schlupflinte. Ich glaube, die ist besser. Also, da bin ich wieder. Cool. Eine Sache, die ich im Sommer hasse. Überall ist im Käfer. Auch in den Räumen. Warum? In diesem Sommer ist das sowieso noch schlimmer als sonst, weil wir hatten ja Flut. Ja. Und dadurch ist es halt sehr nass, also sagen wir eher sehr feucht, weil der Roboter sagt sonst gleich, Satan, ich bin feucht. Was? Du hast dich wirklich anstecken lassen von dem Roboter. Nein. Das stimmt doch gar nicht. Nein. Was bist du denn? Ich bin ja nur auf diese komische Hinsen gegangen und zu gucken, hier was ist, aber hier ist nichts. Krass. Auf jeden Fall wollte ich jetzt irgendwas sagen, was ich vergessen habe. Toll. Alles nur wegen dem Roboter, weil er so pervers ist. Dann kann man auf jeden Fall machen wir jetzt die nächste Runde. Los kommen. Wir müssen in den Kreis dafür. Ja, wir müssen in den Kreis dafür. Was hat er bei dir gesagt? Ja, da wird mir auch gesagt. So pervers. Er ist noch perverser als perverse Sachen. Was hat sich der mit verändert? Sogar ja, ja. Moment, was wir aufgefunden, wie der Mond auch immer aussieht. Ja. Soll ich immer so aus. Was ist das denn? Hey, was passiert hier? Alter. Hey, wo kommt dieses Ding her? Ich Sniper in Sniper, wenn ich könnte. Wenn der nicht immer laufen würde. Ja. Wieso? Ich hab ihn doch anders geschossen. Da muss ich den gleichen geschossen. So, ey. Wir sind so gut. Ich kann nicht schießen, wenn ich beschossen werde. Macht Sinn. Na, da ist es dran. Hey! Das war ein kritischer Treffer und du bist immer noch am Leben. Ey, jetzt reicht es mir. Jetzt gehe ich zu den Snipern hin und Sniper die mit einem Schrotflinten-Typ. Ja. Sniper die mit einem Schrotflinten. Genau. Ja, das wird klappen. Hallo. Ich schieße auf deinen Kopf. Auf deinen Kopf, ey! Aua. Irgendwie ist das doch nicht so gut. Ich ziehe einen von diesen Containern. Das klappt doch ganz gut. Was? Der Container kann fliegen? Was? Der fliegt doch gerade weg. What the? Hä? Bleib sofort stehen! Oh, du Benner! Oh mein Gott, die Schildboter machen mich kaputt. Oh, wenn wir die mal anhalten würden oder irgendwas, ja? Ja. Die will ich ja nicht mal kritisch töten. Ich will sie einfach nur treffen. Los, 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 los! Feuer, Feuer, Feuer! Bist du kaputt? Ey, du hast mein Schildboter kaputt gemacht. Wieso die Nerven doch? Die können ruhig kaputt gehen. Wow, auf auf mich zu schießen. Ich bin nicht dein Feind. Ich bin dein Freund. Ja. Okay, das war ne Lüge. Aber Lügen haben kurze Beine. Ich hab keine Ahnung warum dieses Statement jetzt abgegeben werden muss. Ja, das war nur begrenzt. Doch. Denn die Schildboter haben keine Beine. Ja. Also sind das große Lügner. Was? Nein, halt, stopp. Was kam das, du? Ich weiß es nicht. Ah. Ich bin verwirrt. Ich bin betrunken. Ich merk das schon. Ich hab da gar nichts getrunken. Ich hab da gar nichts getrunken. Das alles ohne Kofos schnappt. Ja. Geht alles. Die Geräusche. Hier.